Wir vom CamperCamp, das heißt FUM, Tobi und ich, stehen für ein gemeinsames Miteinander. Als Content Creator genauso wie als Camper. Deswegen ist es uns ein ganz besonderes Anliegen, unser Event, das CamperCamp, mit euch zusammen zu erleben. Und ich habe euch letztens schon den Samstagabend vorgestellt und unsere Band The Right Thing, die dort auftreten wird. Und deswegen möchte ich euch jetzt den Freitagabend vorstellen und wie wir nach der Ankunft und nach der Begrüßung unseren gemeinsamen Freitagabend mit euch zusammen erleben werden. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Der Freitag ist der Tag des Ankommens, des Einrichtens und Aufstellens des Campers auf dem Platz. Der Freitag ist aber auch der Tag des Kennenlerns, wo wir die Instagram Camper und die YouTube Camper zusammenbringen wollen, um gemeinsam ein tolles Wochenende zu verbringen. Nachdem wir im großen Festzelt auf der Bühne euch begrüßt haben und ein paar Worte über das CamperCamp verloren haben und dann auch das Wort, oder nicht nur das Wort, sondern auch die gesamte Führung durch das Wochenende an Janine Mena übergeben haben, wollen wir mit euch zusammen am Freitagabend schon ein bisschen feiern. Dazu werden wir Lagerfeuer, Stockbrot und natürlich auch ein bisschen Musik haben. Und nachdem ich euch beim letzten Mal schon vorgestellt habe, welche Band am Samstag auftreten wird, möchte ich euch heute einmal sagen, wer bei uns am Freitagabend sein wird. Sein Name ist Tony Hartzbess. Tony ist Gitarrist, Singer und Songwriter. Kennengelernt habe ich ihn vor ungefähr 15 Jahren und da zog er damals noch von Irish Pub zu Irish Pub durch ganz Deutschland. Mittlerweile ist Tony nicht mehr nur alleine unterwegs, sondern auch mit seiner Band und seinen ganz eigenen Songs. Fürs CamperCamp, für unseren Freitagabend, wird er aber wieder alleine kommen, nur mit seiner Gitarre und dem umwerfenden Talent damit umzugehen. Damit ihr wisst, von wem ich rede, wird sich Tony jetzt mal selbst vorstellen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo Kampus, mein Name ist Tony. Auf der Kampus-Kamp, Friday night, I'll be doing the live music. Rock, blues, soul, funk, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Joe Cogger, some songs from me. Look forward to seeing you all. Until then, bye. Vielen Dank, Tony. Ich freue mich riesig, dich nach so langer Zeit mal wiederzusehen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, Tony mal zu sehen. Er ist wirklich super großartig mit der Gitarre und mit seinem Gesang. Ich glaube, er wird dem einen oder anderen von euch bestimmt auch einen Musikwunsch erfüllen. Er ist da sehr breit gefächert und er kann wirklich fast alles. Ja, ich hoffe damit, dass der Freitagabend für uns alle ein grandioser Abend wird, damit wir uns alle kennenlernen, so ein bisschen zusammenschweißen und dann am Samstag in die Vorträge und in die Workshops starten können. Die Anmeldung ist schon am Laufen. Ihr könnt euch fürs Campercamp bewerben auf www.campercamp.de und ich hoffe, wir sehen uns im September vom 9. bis 11. Bis dann. Bis dann. Bis dann.